Hallöchen! Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, dass ich über Weihnachten und Anfang bis Mitte Januar keine Videos hochladen werde. Aus dem einfachen Grund, weil ich zum einen nicht zu Hause bin und zum anderen mich dann noch um was anderes kümmern muss. Nämlich um meine Bewerbung für das Kunststudium. Und ja, ich hoffe ihr könnt das verstehen und dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Es gibt ja, ich meine ich habe über 500 Videos, da werdet ihr schon irgendwas finden, womit ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Ja, ansonsten, das hier ist übrigens mein privater Charakter und das ist mein Lieblingspferd. Nur mal so als Spoiler. Ja, ich wünsche euch schöne Weihnachten und so einen Kack. Ich halte ja nicht so viel davon und ja. Ja. Und ich bin hier übrigens in so einem Schneegebiet, weil hier schneit's nicht, hier regnet's nur. Das ist voll doof. Aber irgendwie auch nicht, weil sonst die Straßenbahnen nicht fahren und dann ist das auch blöd. Na gut, ich würde sagen, das reicht jetzt auch schon wieder. Mehr gibt's nicht zu erzählen. Wie gesagt, ich bin nicht da, also nicht wundern. Und nicht denken, dass ich für immer weg bin. Es wird einfach nur bis maximal 15. Januar dauern. Und dann geht's weiter mit Skyrim und Amnesia. Ja. Also dann. Oh, da hinten ist ein 17. Cool. Den hole ich mir gleich. Okay, das war knapp. Na gut, bis zum nächsten Mal. Nächsten Video, was auch immer. Nächstes Jahr, Januar. Ciao.